Was ist denn jetzt? Das gibt es ja nicht. Guten Abend. Oh, da passt ja auch schon viel gerade. Oh, die Zutaten, das ist lustig. Kann man glaube ich gleich mal ein bisschen... Dann schon mal... Oh, ich bin gerade so wortkarak. Mal wieder. Dann können wir nämlich schon mal wieder... Sag schon. Richtig, äh... Dann können wir nämlich gleich mal Alchemie machen. Wenn ich mitfahre. Dann die Zutaten nicht alle wieder reinsortieren müssen, ohne Grund. Guck mal her. Oh, das ist geire Musik. Ey, dann passt ja sogar alles, was es gerade war. Ist das... Ist das wahr? So viel kann ich nehmen? Ist ja fetzig. Das wiegt ein bisschen zu viel, also nehme ich das nicht nochmal. Machen wir mal kurz die Trulia zu. Das ist wirklich... Ah, da bin ich dumm. Geil, da ist wirklich nichts mehr drin. Gut. Wirklich nicht? Gut, da ist wirklich nichts mehr drin. Unglaublich! Oder? Ja, tschüss dann, ne? Wir werden uns wahrscheinlich nicht wiedersehen. Sir. Ja, Sir. Tschüss. Gut, war ja recht, als ich dachte. Sir. Wir sind alles losgeworden. Ja. Ich bin nackt. Du siehst richtig. Und im Hintergrund läuft voll laut Musik. Ihr hört richtig. Hallo. Pörtchen. Oh, ich glaube das... steht unten wieder. Hat irgendwie ein Hobby fürs untenstehen. Kannst du nicht einfach da oben immer parken? Parken. Dann habe ich ja zu jetzt mal, damit heißt er nicht. Ohne Barrikade. Äh, hier ist unser Schlösschen. Ich steig mich mal symbolisch auf und... Nackt sieht dies reichlich albern aus. Ich steig mich mal symbolisch auf und reisen hier her. Na, ich mach mal schnell sprechen kurz. Gut. Hallo. Hallo. Ist irgendwie süß aus, wer so lang rennt. Scheiße, da sind hier keine Blumen mehr dran. Na ja. Dann habe ich die Blumen in der Tasche. Alles was schön ist, abpflücken und mitnehmen. So ist es ja auch im realen Leben. Wie wir alle wissen. So gut. Wahrscheinlich werde ich auf Dauer doch gezwungen sein, mal wieder in dem Bett zu schlafen. Und ich glaube, ist gerade das runter gefallen. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Na ja, falsch rum. Umdrehen. Einmal eine Wände. Und... Ja. ich kochen könnte genau sowieso dass sie kindern genau wie das hier fahr riech Doing kündig ěn weg weg nein genau wir würden erst weg 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 so Gut, jetzt haben wir hier Zutaten. Jetzt muss ich mir noch kurz hier bilden Sachen holen. Damit wir richtig mixen können. Moment mal. Ganz kurz, bevor wir anfangen. Was bringt die nochmal? Na gut, dann lassen wir die mal. Vielleicht bringt die auch zu einem Braun was. Wenn wir die beiden sagen, mach mal. Unser guter Held ist mittlerweile alt geworden. Dann, äh, werde ich wohl mal langsam. Was glaube ich denn hier? So, werde ich jetzt wohl mal langsam ein bisschen anschmeißen. Apfel reinhauen. Bisschen Brot. Bisschen Korn. Brotleib. Remove. Ich probiere es einfach alles so. Ich gucke jetzt nicht, was. Werde der jetzt sehen. Oh, nee, warte mal. Warte mal, warte mal. Bevor ich hier teste, möchte ich, äh, mal nur zur Sicherheit die Sachen, die wir behalten wollen, die einfach zu geil sind, um sie jetzt rauszuklatschen. Zum Beispiel das hier. Ne, das kann ich, das hier zum Beispiel, das hier möchte ich ablegen. Äh. Dann noch. Das möchte ich auch noch weglegen. Burden. So gut, die ganzen Sachen. Ach, Nurnvots haben wir hier noch, glaube ich. Ne, nutzt es hier. Na, stimmt. Gut, dann dürfte alles hier drüben sein, was drüben sein soll. Dann werde ich mal jetzt das ganze Zeug mal mixen. Und, ja. Ach Gott, das hat man schon. Yeah. Bam, bam, bam. Gut, dazu gibt es nichts. Schade. Haben wir schon? Ich glaube, es hat mir schon. Nee, ja. Hierzu geht auch nichts. Äh, hä. Krühblauch. Remove. Remove. Da passen alle zu nichts. Remove. Ich glaube, ich dürfte mittlerweile gar nicht anfassen. Ja. Ich muss das hier ausprobieren. Nein, shit. Oh, jetzt möchte ich ein Zimmer. Paint the Trollfett. Möchte ich mal. Das möchte ich gerne ablegen. Das ist ein geiler Questgegenstand. Der mir zu wertvoll ist, als verbratzt zu werden. Also, nicht ein Questgegenstand, aber halt sowas einzigartiges. Gut, dann lege ich die Zutaten hier zurück. So, der Spaß. Nehmen wir die wieder. Nehmen wir die auch wieder. Nehmen wir die auch wieder. Nehmen wir die auch wieder. Das lassen wir jetzt alles hier.